Guten Tag liebe Freunde von Schona Auto Brokos. Hier ein seltener bekannter, ein 2019er Ford Mustang GT Bullitt Steve McQueen Edition. Steve McQueen Edition heißt, dass es ein getuntes Sondermodell von Steeda aufgebohrt auf 825 PS und mit einigen Veränderungen zum Vergleichsmodell. Tolles Fahrzeug. Unsere Aufgabe war es, für den Kunden ein Low-Mileage-Example zu finden. Dieser Wagen hatte 1000 Meilen, ein Vorbesitzer, Clean Carfax, unfallfrei, Originalzustand und stand im fernen Virginia. Kurzer Blick auf die Felgen, tolle Felgen. Und der Wagen wurde vorm Erwerb unabhängig vor skizziert auf Unfallfreiheit, Originalität und Zustand. Hier schauen wir kurz auf Steve McQueen Abzeichen. Jetzt kommen wir kurz in den Kofferraum. Wie Sie sehen, hat der vierfach Auspuff. Das ist eine schöne Sache. Der hat 825 PS. Innen sehen Sie die original Steve McQueen Fußmatten. Das Set wurde beigelegt von Steeda. Das Bullitt Car Cover und er hat das Electronics Package, wie man hier schon unschwer erkennen kann, an den Subwoovern. Ein komplettes Fahrzeug. Wie gesagt, unfallfrei. Toller Wagen. Schön und dunkelgrün Metallic. Alles da. Der Bullet gibt es nur als Handschalter. Es gibt keine Automatik. Und wenn man sich den anhört, der klingt auch sehr gut. Ja. Also uns gefällt das Fahrzeug sehr gut, weil es so ein bisschen Wolfen-Schafspelz ist. Der kommt sehr gediegen daher mit einer unglaublichen Motorleistung. Das macht es schön. Hier nochmal ein Naher Blick auf die Steve McQueen Felgen. Die wurden von Steeda extra entwickelt für dieses Sondermodell. Dieser hier hat auch die Recaro Sitze. Eher selten. Mittlerweile mit den Testmeilen hat er 11 Euro noch Meilen. Hier der Handschalter. Es gibt ja nur Handschalter. Hier die nummerierte McQueen Edition. Das ist das 36. Fahrzeug. Das zweite davon haben wir gemacht. Ja, wie man hier sehen kann. Das Lenkrad ist auch von Steeda. Die Schaltungen haben wir schon. Hier sind die Fahrmodi und der Auspuff. Alles ist vorhanden. Das Fahrzeug hat alle Papiere. So wie man sich das wünscht. Schauen wir kurz in den Motorraum. Nochmal schneller Blick auf die Felgen. Die gefallen mir sehr gut. Von der Front her sieht man auch, dass der verbessert worden ist. Ein bisschen aggressiver ist in der Front. Und hier nun der Motor. Eingetönt in dunkle Grün. Das ist ein Wippel Super Charter. Der bringt das Fahrzeug 5 Liter von 8 auf 825 PS. Mit sehr guten Laufleistung. Alles ist da. Alles ist sehr professionell verarbeitet worden. Und dass wir den Kunden in der Schweiz natürlich sehr freuen, damit ein Rennen fahren zu können. Wir haben diese Auftragsarbeit sehr gerne angenommen und haben dieses Fahrzeug besorgt. Und dann wurde es von Steeda aufgetunet auf 825 PS in einer tollen Optik. Und wir sind sehr froh, dass dieses Fahrzeug bald an seinen Schweizer Kunden und Käufer übergeben werden kann. Dementsprechend wünschen wir Schoner Autoworkers viel Spaß mit ihrem 2019er Ford Mustang Bullitt GT Steve McQueen Edition. Viel Erfolg und gute Fahrt. Allzeit mit diesem Fahrzeug. Da wir uns hier schon bei unserem Speditionspartner befinden, geht das Fahrzeug nun bald in die Verladerampe und dann in einen dieser Container, um dort professionell verpackt zu werden. Und dann geht es auf seine Reise nach Bremerhaven. Dort zum Umrüster in die Schweiz. Vielen Dank und auf Wiederhören. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.